Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja hier seht ihr eine Aufnahme eines Satelliten und diese Aufnahme zeigt uns das Mittelmeer und unter anderem eine ziemlich große Aschewolke und diese große Aschewolke war auch Grund dafür, dass der Flugverkehr beeinträchtigt wurde und ja, dreimal dürft ihr raten, wo diese Aschewolke herkommt. Das ist der Ätna, der mal wieder gehustet hat und das hat zu dieser Aschewolke geführt. Momentan ja auch wieder ein bisschen aktiver der Vulkan, obwohl er ja im Grunde genommen daueraktiv ist. Und ja, es gibt immer wieder eben genau solche Erscheinungen, diese großen Aschewolken. Das Problem bei diesen Aschewolken ist die Höhe, die sie erreichen. Das heißt, es gibt ja hier in der Nähe im Mittelmeer sehr viele Flughäfen und wenn hier Flugrouten betroffen sind, sowohl durch die Höhe der Aschewolke als auch der Position, ja dann muss der Flugverkehr umgeleitet werden, denn diese Aschepartikel sind Gift für die Turbinen. Das heißt also, da fliegt man nicht durch. Und ja, deswegen auch die Beeinträchtigung des Flugverkehrs. Das ist etwas, was ja im Mittelmeer tatsächlich häufiger passiert. Also gut, das ist jetzt schon wieder mal eine größere Wolke, die dort entstanden ist. Aber wir haben ja etliche Vulkane, die tatsächlich in der Lage sind, das zu produzieren. Und ja, der Ätna ist natürlich der Vulkan, der das tatsächlich häufiger macht. Und der Ätna hat auch in der Vergangenheit schon sehr, sehr große Ausbrüche produziert, unter anderem auch gewaltige Lavaströme, die damals tatsächlich mit allen Möglichkeiten, die man hatte, aufgehalten wurden oder dann halt auch nicht. Das heißt also, man hat bei größeren Ausbrüchen immer wieder versucht, hier etwas zu unternehmen, aber Lavaströme sind extrem schwer zu kanalisieren. Das heißt, die Masse, die die Lava besitzt, also die Dichte, ist extrem. Und deswegen ist alles, was du dahin betonierst oder irgendwelche Betonstrukturen aufstellst, also immer meistens nicht wirksam. Damals hat man tatsächlich versucht, durch Sprengungen das Ganze irgendwie umzuleiten. Aber das ist eben eine Aufgabe, die meistens zumindest nicht so richtig funktioniert. Also im Grunde kannst du bei einem Vulkanausbruch bei Lavaströmen gar nichts tun. Allerdings, das stimmt gar nicht, denn die Isländer, die haben ja beim Ausbruch 2021 Welle errichtet und die haben eine ganze Zeit gehalten. Und auch eine sekundäre Linie wurde dann errichtet, um das Vordringen der Lava tatsächlich zu stoppen. Das hat tatsächlich Zeit gebracht und dann ist ja der Ausbruch auch wieder erloschen. Das heißt, da war es dann aus mit Lavastrom. Deswegen war das eine ganz gute Idee. Also auf Island hat es einigermaßen funktioniert und der momentane Ausbruch auf Island scheint ja jetzt schon wieder gegessen zu sein. Das heißt, das hat tatsächlich nicht sehr lange gedauert. Deswegen geht von dem jetzt auch keine Gefahr aus. Aber ja, Vulkane generell. Irgendetwas zu kontrollieren, da sind wir Menschen nicht in der Lage. Das heißt also, einen Eingriff in der Größenordnung, um Vulkane zu beeinflussen oder Lavaströme zu beeinflussen, das ist tatsächlich sehr schwierig. Und bei den meisten Vulkanen ist es ja dann auch so, dass extrem viel Lava austritt, wenn die gefährlich sind oder gefährlich werden. Und deswegen ist es dann für unsere Technik unmöglich. Also gut, du könntest jetzt noch eine Atombombe draufschmeißen. Aber logischerweise würde das nicht unbedingt irgendetwas ändern, sondern alles noch viel schlimmer machen. Also seht das selber. Also die Möglichkeiten bezüglich des Eingreifens sind begrenzt. Wenn ihr hier mal guckt, also diese Wolke ist tatsächlich sehr groß. Leider gibt es jetzt vom Mittelmeer keine 10 Minuten Abstandsvideos. Also jetzt hier zumindest bei der Worldview. Natürlich bei Satellitenaufnahmen, zum Beispiel Wettersatelliten, ist das etwas anders. Da sieht man dann tatsächlich diese Wolke, wie die da auch langsam wandert. Und hier leider jetzt die Satelliten, die jetzt für die Worldview auch zuständig sind, glaube ich, sind Himawari-Satelliten. Da ist Europa nicht so wichtig. Und deswegen gibt es von Europa nur die 24-Stunden-Version. Das heißt also, einmal in 24 Stunden wird hier ein Gesamtbild erstellt. Und seht ihr selber, das besteht dann aus Streifen, die dort erstellt werden. Und dann irgendwann wird es zusammengefügt. Wenn wir zum Beispiel heute am 15. schauen, da fehlt uns eben Europa noch. Da können wir jetzt momentan zumindest die aktuellen Bilder hier in der Worldview nicht betrachten. Aber man wird sehen, wo die morgen sich befinden. Also aufgrund der Luftströmung dürfte sowohl hier so reinziehen. Und dann dürfte man noch so einen Teil dieser Wolke wahrnehmen können. Aber ja, das ist schon interessant, was da passiert auf unserem Planeten. Und ja, Vulkanausbrüche generell können verheerende Auswirkungen haben. Wir haben das bei Hunga Tonga gesehen. Der war jetzt, was die Ausbruchsintensität angeht, schon brutal stark. Also wir haben da teilweise einen Eintrag in die Atmosphäre gehabt, 65 bis 70 Kilometer Höhe. Manche sprechen sogar von darüber. Wobei, da muss man halt immer gucken. Ich meine, 60 bis 75 Kilometer ist brutal für einen Vulkanausbruch. Also es geht natürlich noch besser. Das heißt also, du kannst hier auf unserem Planeten tatsächlich Vulkanausbrüche haben. Da gibt es noch höher und dann verteilt sich das auch über den gesamten Planeten. Das wären dann Supervulkane, die dann also wesentlich mehr Eintrag in höhere Schichten erzeugen können. Und dann haben wir ja noch Supervulkane generell. Das heißt also hier in Italien Vesuv und dann eben hier in dem Bereich, hier haben wir Vesuv. Und hier dann diese Bucht. Leider jetzt in dieser Auflösung nicht ganz so deutlich zu sehen. Da haben wir ja dann die Thematik mit einem Supervulkan, die phlegräischen Felder. Sollte sowas mal in der Intensität ausbrechen wie vor 39.000 Jahren, dann sprechen wir über andere Beeinflussungen. Da haben wir eine Aschewolke, die wahrscheinlich ganz Europa bedecken könnte und natürlich je nach Windrichtung. Also das ist eine... Vulkane sind ein hochinteressantes Thema, meine Lieben. Aber wir sind momentan noch nicht in der Lage, solche Vorgänge genau zu prognostizieren. Auf Island zum Beispiel ist es so, da hat man einen gewissen Erfahrungsschatz. Das heißt also, man weiß, wann es hier interessant wird. Das liegt aber auch an der Art der Ausbrüche. Das heißt, wir haben hier Spaltenausbrüche und dieses Material, welches hier nach oben kommt, das kommt teilweise aus sehr großen Tiefen und bewegt sich dann langsam nach oben und dann hat man Schwarmbeben und dann kann man sagen, okay, in nächster Zeit dort ungefähr. Das geht auf Island relativ gut. Aber bei anderen Vulkanen, zum Beispiel auch bei Stratovulkanen, bei denen sich im Inneren ein großer Druck aufbaut und dann plötzlich ausbricht, das ist eben das Thema, das noch in irgendeiner Form besser vorhersagen zu können. Natürlich funktioniert das wesentlich besser als früher, als der Vesuv ausgebrochen ist. Gut, der ist ja schon öfter ausgebrochen, aber die geschichtlich wohl am besten dokumentierte und auch aufgearbeitete Thematik, da gab es natürlich keine Vorwandzeit. Ich meine, natürlich hat man gesehen, dass der Vulkan vorher schon die ein oder andere Eruption verursacht hat. Aber man hat damals, vor tausenden Jahren, nicht damit gerechnet, dass das so schlimm werden könnte. Heutzutage würde man wohl bei einer ähnlichen Aktivitätsphase früher reagieren. Aber in diesem Großraum haben wir Millionen Menschen, die hier wohnen. Und ob du da rechtzeitig irgendwas machen kannst, ist natürlich die Frage. Aber grundsätzlich muss man sich ja auch nicht jeden Tag über solche Geschichten Gedanken machen. Ich meine, die Wissenschaftler machen es natürlich, weil die Messungen durchführen, auch am Äthna logischerweise. Aber im Grunde genommen ist der Äthna ja ein relativ gutmütiger Vulkan. Das ist ja jetzt keiner, der ab und zu komplett seinen Kegel wegsprengt. Hat er vielleicht mal, weiß ich jetzt nicht genau, aber jetzt in der momentanen Phase, auch schon längere Zeit, ist er eher ein relativ einfach zu prognostizierender Vulkan. Man sieht immer wieder eine gewisse Grundaktivität, die übersteigt auch selten ein gewisses Niveau. Da ist also sowas hier, ist relativ normal. Darüber hinaus kann es auch Eruptionen geben, aber man kennt seine Vulkane. Das heißt also, bei dem ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Aber wir haben natürlich auch noch andere Vulkane, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Vulkane, die auf einer Skala der Gefährdigkeit wesentlich höher anzusiedeln sind, wie zum Beispiel der Äthna. Da haben wir natürlich eine ganz andere Kategorie teilweise bei den Vulkane. Naja, das wird in Zukunft zumindest auch eine wissenschaftliche Disziplin sein, herauszufinden, ob es möglich ist, Vulkanausbrüche besser vorherzusagen. Da ist also eine längere Frühwarnzeit zu entwickeln, um dann solche Ausbrüche, zum Beispiel wie beim Hunga Tonga, in einer gewissen Weise vorhersagen zu können. Beim Hunga Tonga war es ja so, es gab eine initiale Eruption, die war eine Woche vor der Haupteruption. Man wusste schon, dass da was passiert. Und das, was dann passiert ist, diese gigantische Eruption, die hatte etwas mit Abläufen zu tun, die bereits eine Woche vorher angefangen haben. Darum hat man ja auch die ganze Zone um den Vulkan herum, auch was die Schifffahrt angeht, schon dementsprechend darauf eingestellt, dass da was Größeres passiert. Also da wurde schon vorher auch in gewisser Weise gesagt, okay, Leute, das könnte jetzt auch was richtig Großes werden. Was dann ja auch passiert ist. Und deswegen haben wir ja schon gewisse Möglichkeiten, aber die erste Eruption des Hunga Tonga, das war tatsächlich etwas, was relativ plötzlich passiert ist, ohne eine genaue Definition, wann das passiert, wie das passiert. Und was dann danach folgte, war dann eine Kettenreaktion innerhalb des Vulkans, innerhalb der Caldera, die dann zu diesem gewaltigen Ausbruch geführt hat. Aber ja, wie gesagt, vielleicht werden wir mal irgendwann mal in der Lage sein, tatsächlich Vulkanausbrüche sehr exakt vorherzusagen. Dazu müssen wir aber wesentlich mehr über diese Abläufe lernen. So, mein Lieben, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020